assalamu alaikum Brüder und heute ist der erste Tag in Medina und wie war es? Alhamdulillah Brüder, es war warm, sehr warm. War warm, hat euch gefallen? Ja Brüder, Alhamdulillah. Und der Zimmer, ihr habt hier gerade gegessen, wie war das Essen? Oh Brüder, hat zwar ein bisschen etwas gedauert, aber das beste Hähnchen, das beste Hähnchen. Habt ihr das ganze Menü bestellt oder? Oder noch wichtigeres, war das schon beim Prophet Mohammed, wo dein Grab ist und die Moschee? Wie war es? Habt ihr auch schon gebetet? Ja Brüder. Wie war das Gefühl, war das das erste Mal? Ich habe auf den Boden geklebt. Wallah. Mashallah, was ist ein Landstuhl bist du Bruder? Ich komme aus dem Kosovo. Du bist ein Kosovo-Albaner, und du Bruder? Ich bin aus Marokkanischer Bruder. Marokkanischer Bruder, Berber, aber was bist du? Berber, immer sehr. Mashallah, sie ist Alatouz vereint hier in Mekka, in Medina. Al-Fatihah